Norddeutscher Rundfunk Das ist hier die Rohkiete. Da haben wir Storchennest und sogar Storchdrehen. Der fühlt sich da richtig wohl. Hier ist alles so wie früher, sagt er, sehe ich. Ja, das stimmt. Hier gibt es nichts Neues. Die Kiete. Aber eine Einbahnstraße haben sie und die geht da rein. Hier ist ein Ehrenmal. Unsere Gefallene. So, links geht es nach Neubis Torf rein. Lassen wir das mal gerade ausfahren. Ach Mist. Hier die Straße. Auf Merkel. Muss nicht unbedingt nach Afghanistan. Das haben wir hier auch schon. Hier mal ein bisschen ausbessern. Auf Merkel. Für die eigenen Leute was auch. Auf Merkel. Auf Merkel. Der hat besser runter. Kann man sogar sehen. Auf Merkel. Übergebracht. Und dann los ist es jetzt. Asphalt. Das wärs. Und Tschüss.